In diesem Video geht es um das Spanische Kolonialreich. Ich erkläre dir, was das war und wie es entstanden ist. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen über den Verlauf und das Ende. Das Spanische Kolonialreich, auch bekannt als das Spanische Imperium, war eines der größten und mächtigsten Reiche der Geschichte. Es begann im 15. Jahrhundert und dauerte bis zum 19. Jahrhundert. In dieser Zeit hat Spanien große Teile der Welt erkundet, erobert und beherrscht. Alles begann mit den Entdeckungsreisen, die von den spanischen Königen finanziert wurden. Christoph Kolumbus war einer der ersten Entdecker, die von Spanien unterstützt wurden. Im Jahr 1492 erreichte er Amerika, was damals für die Europäer eine unbekannte Welt war. Diese Entdeckung markierte den Beginn einer neuen Ära, das Zeitalter der Entdeckungen. Nach Kolumbus' Entdeckung fuhren viele spanische Entdecker nach Amerika. Sie eroberten große Gebiete und gründeten Kolonien. In Südamerika eroberten die spanischen Konquistatoren wie Hernán Cortés und Francisco Pizarro mächtige Reiche wie das der Azteken in Mexiko und das der Inka in Peru. Diese Eroberungen brachten Spanien riesige Mengen an Gold und Silber ein, was dem Land unglaublichen Reichtum und Macht verlieh. Die Kolonisierung hatte jedoch auch negative Auswirkungen. Viele indigene Völker wurden von den Spaniern ausgebeutet und viele starben an den Krankheiten, die die Europäer mitbrachten. Auch wurden ihre Kulturen und Traditionen oft unterdrückt. Spanien beschränkte sich jedoch nicht nur auf Amerika. Sie errichteten auch Kolonien in Asien und Afrika. Auf den Philippinen, die nach dem spanischen König Philipp II. benannt wurden, errichteten sie eine mächtige Kolonie, die mehr als 300 Jahre lang bestand. In Afrika kontrollierten sie Gebiete wie die heutige Westsahara und Äquatorial Guinea. Im 19. Jahrhundert begann das spanische Kolonialreich zu zerfallen. Viele Kolonien, besonders in Amerika, kämpften für ihre Unabhängigkeit und waren erfolgreich. Die meisten spanischen Kolonien hatten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit erlangt. Das spanische Kolonialreich hat ein bedeutendes Erbe hinterlassen. Spanisch ist heute eine der am weitesten verbreiteten Sprachen der Welt. Die spanische Kultur hat ebenfalls einen tiefgreifenden Einfluss auf viele Teile der Welt ausgeübt, insbesondere auf Lateinamerika.